Wie sieht das momentan aus? Es ist der 26. Dezember 2014 gegen Tüftel nach 9. Man sieht hier schon, ein bisschen gefroren hat es. Die Sonne ist aufgegangen. Da hat sich Eis gebildet. Hier Windschutzscheibe, da ist auch Eis dran. Und die Sonne ist aufgegangen, findet sich dahinter. Dabei ist es recht schön sonnig. Da hinten sieht man es auch. Und dann die aktuelle Temperatur. Da wird die Messmasse reingedrehen in der Scheiße. Da ist die aktuelle Temperatur. Und hier ist noch, der Teich ist zugefroren. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Zeigt es mir mit Daumen nach oben, kommentieren, teilen und abonnieren. Danke. Danke.